hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play skyrim legendur jüdischen ab nach rifton würde ich sagen nicht groß zeit zu planen wir wollen in rifton geld bekommen weil wir zu arm wohnen ich sag ja nur 25.000 gold verlust in den letzten drei folgen wir hatten auch ein minimal extrem ausschweifenden lebensstil aber es macht ja nichts ich weiß ja mit diademe für 6000 oder sogar kauft und die in unsere kammer gelegt weil ich glaube das ist wir müssen gleich mal echt die mission von dem machen weil das ist echt notwendig dass wir so diese größeren sachen sage ich mal auch nehmen weil sonst wird die kammer dann die voll das ist sonst eigentlich relativ hoffnungslos ihr kommt von einem auftrag ja hallo weiß ich noch nicht genau dark knifes what easy it doesn't know or are we 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 ist vor allem wahrscheinlich wollte ich nie was sagen ich habe ja vor dass auf eine ssd zu packen so damit die ladebildschirm auch viel kürzer werden und ja das ist eigentlich gut je mein pc das wird das nette ding wird demnächst extrem aufgerüstet noch habe ich ja wie ihr seht das ist ja voller die höchstens bisschen gegründeten 720 pc kommt ja noch aufgerüstet der es fängt ja jetzt an die neue aufgerüst session quasi sag ich mal ich muss das erklären also ich mache mal so sessions dann mache ich mal den pc und mal kaufe ich mir andere sachen wie handy oder halt andere sachen laptop oder so dass jetzt mal als ich den aufgerüstet habe du siehst das auch immer kauf krieg ich so fast einen kompletten pc da bin ich von die gehäuse zum beispiel die pc auf einen big tower pc gestiegen und haben wir dann so ncxt phantom gekauft ist immer noch ein schönes gehäuse nur ich brauche mal was neues ja auch damals hatte ich noch einen amd phantom 2955 waren vier kerner gut jetzt bin ich auf sechs kerne gestiegen demnächst steige ich wieder auf vier kerner um wenn ich mir in den i7 47 70 kaufe jetzt habe ich ein fx 63 00 ich hatte erst die idee auf ich auf dem fx 95 90 umsteige acht kerner glaube ich oder sechs das ding ist das hat eine mega tdp also mega heizkörper ist das erst mal riesenstrom verbrauch fast 200 wort habe ich das gefühl glaube ich und die leistung ist trotzdem immer noch unter einem 47 70er ich kaufe mir nicht ein 47 70er ich nehme den immer nur als referenz nein ich kaufe mir 47 90er war es glaube ich k oder x das weiß ich nicht dann hatte ich das letzte mal das ist auch sehr interessant eine asrock extreme 3 jetzt habe ich eine asrock extreme 4 ich werde also mega aufgestiegen und festplatten die habe ich da habe ich teilweise noch sie 650 640 gigabyte festplatten von meinem vorletzten session die älteste festplatte 1,5 terabyte die ich mal früher hatte das war eine seagate da stimmt wirklich es gibt ja den namen seagate sie geht die seagate ich war so enttäuscht was die geld ich dachte was meine tolle marke dann hatte ich eine und die war scheiße jetzt habe ich nur noch wesentlich zufrieden die 1,5 terabyte her kaputt die liegt irgendwo bei mir herum ich wollte mal die daten sichern geht nicht weil ich das ding komplett kaputt ist die hatten kompletten head crash ja dann grafikkarte habe ich auch mal sage ich so meinen zwei jahres zyklus ich hatte habe jetzt eine 79 70 drin hatte vorher eine 57 70 steige jetzt auf eine gtx 970 das heißt irgendwie immer eine 70 am ende und vor der 57 70 hatte ich glaube ich eine arti x 1 5 5 0 glaube ich könnte es gewesen sein das war glaube ich sogar noch eine pc oder eine agp grafikkarte eine pc grafikkarte hatte ich nie sollte mal für jemanden pc grafikkarten raussuchen gibt es gute günstige 60 70 euro das war vor vier jahren das war ein pc da war nicht mal 3d fähig da sollte ich für wenig geld und da hatte ich nie gekauft verstehe ich nicht die konnte ballerburg nicht spielen ich kenne ja noch ballerburg hier aus güter so das spiel ging nicht abgehakt manche spiele viele spiele sind gar nicht gestartet wir haben versucht mal damals ich mit einem kumpel dem großen gslp aber x beyonce von hier versucht zu spielen dabei ist es dann geblieben bei versuch mit ihm zwei 3d fähig also braucht eine 3d fähigkeit hat nicht geklappt wusste ich meinen damals neuen laptop das war so ein acer es bei jahr wie hieß denn der noch mal mein alter laptop es war ja irgendeiner mit blauen gehäuse zwei kerner von amd nach guten grafikkarte aber ich habe den jüngen wie so kaputt gekriegt von der hardware und so alles dass dann nicht mal mehr fakt war ja im ende frau 2 am ende flüssig drauf lief dann hatte ich ja zwischendurch den msi gt 70 und mein samsung netbook ich glaube ich muss jetzt mal gleich neu starten skyrim das hat sich in der endlos steife verhangen ja genau arbeitsspeicher ist auch immer da steigen bin ich angefangen mit ddr2 glaube ich ddr1 hatte ich schon nie ddr2 da hatte ich erst 512 lb beim ersten pc da habe ich dann aber aufgröße auf 1 gb hatte ich zwei bei der generation 5770 hatte ich dann 4 gb ddr2 glaube ich aber da schon ddr3 weiß nicht dann hatte ich ddr3 habe ich aber gleich direkt 8 gb gemacht meine ich von corsair wenn jetzt immer noch bei 8 gb ihr wisst ja nicht ich rede ja so gerne von meinem arbeitsspeicher bin aber auch mal belegen ob ich den wirklich aufrüsten muss aus 16 oder 32 32 werde ich wahrscheinlich nicht für 16 ist günstig könnte ich mir aber auch für dasselbe geld eine ssd holen ich habe nur schlechte erfahrung mit einer ssd hier das ist eine ssd die ich hier in der hand habe direkt auf meinem schreibtisch ist eine ocz vertex 2 gutes ding nicht nur nicht in meinem pc sondern außerhalb weil es eine kleine festplatz ist 64 gb ssd das war von damals doch da habe ich 150 euro für bezahlt wollte ich windows drauf ist er auf einer 64 gb ssd jetzt könnt ihr euch vorstellen warum ich schlechte erfahrungen hatte windows 64 gb mit dokumente und einstellungen dem ordner bzw meine dokumente je nach dem suchzeug aus nein da also wenn jemand eine ssd unbedingt als windows festplatte braucht 128 für dich auch schon als zu klein ansehen 256 minimum würde ich sagen ich weiß nicht mehr ob sich das lohnt als startfestplatte war oder hast du dein windows start in zehn sekunden ist ja auch so dass das die wichtigste phase des tages ist du kannst der pc anmachen kurz in die küche gehen die eine flasche wasser aus dem kühlschrank holen und dann ist der pc auch mit einer normalen hdd gestartet wenn du nicht alles verkackt hast verstehe ich nicht ich mach mal gerade kurz wir reden danach weiter so da sind wir wieder können auch schön wieder weiterreden genau was ich sagen wollte es ist genau wenn man schon unbedingt eine ssd haben will kommen dann macht vernünftig kauft euch eine ssd da geht sogar eine 64 das werde ich dann wenigstens nicht auch tun wenn ich die nächste generation habe und installiert bestimmte oder alle spiele je nachdem wie viele habt auf dieser ssd das nutze ich mir nicht ich werde das machen diese 64 gearbeit ssd werde ich auf mein nächstes mainboard packen weil mein derzeitiges sind alle ist art an schlüsse besetzt und da werde ich skyrim dann nämlich drauf installieren hoffe mir große frame power diese arbeit liegt euch sie wird euch mit der zeit reich machen ich weiß ich bin für die die wenn ihr einbrüche dann sprecht mit weg ach so super land auftrag die meisten unternehmen nennen euer lust den griffel ja ja hier ist euer auftrag werde ich erstmal skyrim 64 gearbeit muss ich wahrscheinlich vollkommen hoch dafür aus und sind wir mit meinen ganzen bots und alles ist nicht klein mein skyrim ordner und von skyrim also zehn frames pro sekunde bestimmt kann ich mir wenn ich realistisch denke doch besser ist weil der muss ja die ganzen großen texturen die die ganzen bots laden und das ist auf einer ssd natürlich bedeutsam schneller vielleicht kaufe ich mir dann wenn ich das nicht für die ssd ausgebe auch noch eine ne wenn ich fange jetzt noch mal an wenn ich das geld nicht für arbeitsspeicher ausgebe kaufe ich mir vielleicht auch noch eine ssd so wir sind jetzt extrem günstiger christian der 256er für 100 euro das würde ich auch für 8 gb arbeitsspeicher ausgeben guten arbeitsspeicher ich habe korsair drin guten arbeitsspeicher also und auch nicht das billig modell so dann wollte ich da so immer mal wieder so die let's play spiele die viel leistung brauchen darauf installieren oder spiele die allgemein vier leistung brauchen hier quises drei bette fehlt vier all das typische halt ich kann einfach nicht anders es ist so als würde ich als würde ich alkohol abhängiger sein der vor seiner alkoholflasche steht ob ich mich behandeln lassen sollte ich bin sicherlich nach alchemie zutaten sammeln nicht jetzt haben wir über die festplatten geredet wir haben über die grafikkarten geredet über sds über arbeitsspeicher haben wir geredet über prozessoren haben wir geredet ja 47 90 overclocking also ich habe mein 955 habe ich damals übertaktet das war ja 4 mal 3,5 war meine ich den habe ich übertaktet auf 4,0 glaube ich da habe ich den selben cpu lüfter wie jetzt glaube ich drauf das ist der wie heißt denn der zahlmann cnps 10x glaube ich ich habe es versucht zu lesen aber es ging nicht so gut ähm ich bin sehr hungrig und ja ich weiß jo hat eigentlich ganz gut geklappt ähm nicht schon wieder äh den jetzigen habe ich eigentlich beinahe gar nicht ach du kacke aber lange her eigentlich eigentlich habe ich lust auf den drachenkampf oh gott die hühner ähm geht rein obwohl ein reisender wäre jetzt auch nicht so dramatisch ähm ach du kacke ähm und was ich sagen wollte den jetzigen habe ich eigentlich nur ganz selten mal testweise übertaktet oder für bestimmte benchmarks oder so ähm oh oh ach guck mal sie nutzt das schon diesen veränderungs zauber haha um ja mein derzeit ding habe ich nicht und bei meinem nächsten ich weiß noch nicht ob ich es erzählt habe ich wollte zum ersten mal in meinem leben eine wasserkühlung nein haben und äh da werde ich den intel echt übertakten wobei die intel i-reihe ist eh gut zu übertakten ähm da ist es eh eine verschwendung wenn man den nicht übertaktet klar das ding hat jetzt schon eine gute leistung aber ich finde bessere aber jetzt kümmern wir jetzt erstmal um diesen kampf hier von hinten rein komm schon komm schon nochmal 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 haut ihm die hälfte es runter oh oh ein starker komm schon komm schon komm schon ironie des schicksals ihn mit einem drachen knachen zwei händer besiegt hey 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 rutsch dir nicht runter geben wir als rüstung äh ne eisen rüstung diese magie nein der ging sogar recht schnell vier drachen sehen ja okay dann lohnt sich das nicht weil ich entscheide wahrscheinlich an alle ja machen wir jetzt einen cut ne bis zur nächsten folge ja 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 ja